. In dem vorangegangenen Video hatte ich die Schwächen von meiner CNC Version 0.6 aufgezeigt. Nun möchte ich euch zeigen, wie einige dieser Schwachpunkte verbessert werden können. Im Baumarkt habe ich mir 8 Rollen mit einem Durchmesser von 30mm besorgt. Diese ersetzen nun die selbstgemachten Plastikrollen, wodurch die Konstruktion merklich weniger kippelig ausfällt. Der zweite Schwachpunkt sind die dünnen 3mm Gewindestangen, die sich unter Last recht einfach verbiegen. Stahl verbiegt sich weniger, wenn dieser vorgespannt wird, daher befinden sich nun Befestigungspunkte an beiden Enden der Gewindestangen. Diese werden mit Hilfe der Lüsterklemmen etwas vorgespannt. Auch hier gilt, je stärker die Vorspannung, umso stabiler die Konstruktion, aber umso höher die Reibung. Wegen der zwangsläufig höheren Reibung habe ich die Motoren nun per Pulsweitenmodulation mit etwa 8V betrieben. Das ging nicht lange gut. Der damit einhergehend höhere Strom hat die Motoren nach wenigen Betriebsstunden abbrauchen lassen. Folglich habe ich die leistungsstärkeren Motoren aus dem alten Drucker verbaut. Die sich durchbiegenden Alu-Winkel an den linearen Führungsschienen habe ich mit kleinen Stücken der 19mm Spanplatten verstärkt. Die vertikale Achse ist jetzt weiter innen am Servoarm befestigt. Damit ergibt sich ein geringerer Hub von nur noch etwa 15mm, aber wie gezeigt kann die Maschine nur Material von bis zu 5mm bearbeiten. Als Vorteil ergibt sich eine präzisere Positionierung entlang der vertikalen Achse. 10 Schritte entsprechen nun nur noch einer Bewegung um etwa 1mm. Die letzte Verbesserung betrifft die Sensorscheiben. Diese besitzen nun 8 Zähne und somit entsprechen 32 Schritte einer Umdrehung, womit die Auflösung verdoppelt wurde. Rechnerisch ergibt sich nun ein Vortrieb von 0.016mm pro Schritt. Der Vorteil der höheren Auflösung ist beim Plotten der diagonalen Linien des Testmusters zu sehen. Die Bewegung verläuft nun weniger wellenförmig. Der sich ergebende größere Scheibendurchmesser erfordert leichte konstruktive Eingriffe. Die Bodenplatte wurde an der Stelle der Scheibe etwas ausgeschnitten bzw. ausgefräst. Insgesamt ist die Abweichung des Testmusters kleiner, die Arbeit und die geringen Mehrkosten haben sich gelohnt. Hier wird 1mm Sperrholz zugeschnitten. Die Teile sind zuvor gespiegelt worden, da die Unterseite beim Schneiden weniger ausfranst als die Oberseite. Dennoch müssen die Teile nach dem Schneiden mit Schmirgelpapier geglättet werden. Rohmaterial rein und perfekte Fertigteile entnehmen geht mit Billigmaschinen einfach nicht. Mit Kleber und etwas Farbe erhalten wir eine weitere Kopie eines offenherzigen Pinguins, der euch bereitwillig erzählt, was seine Software alles macht. Ferner begehe ich mit dieser Kopie keinen Rechtsbruch. Das Betriebssystem, für das dieser Vogel steht, erlaubt sein Kopieren ausdrücklich. Als nächstes bearbeite ich erneut 3mm Plastik. Wie gezeigt muss dieses Material mit Wasser gekühlt werden, um mit dieser langsamen Maschine bearbeitet werden zu können. Vorteilhaft sind daher eine Wanne aus gut lackiertem Sperrholz... ...und ein Spritzschutz aus etwas Lochblech und transparentem Verpackungsmaterial. Die verbauten Spanplatten quellen durch allzu viel Spritzwasser auf, was nicht gut für die Präzision der Maschine ist. Der Kunststoff wird mit einem 10 Grad Gravierstichel graviert und zugeschnitten. Nicht nur für diese experimentelle Maschine, sondern für alle CNC's gilt. Mit jedem neuen Material, das ihr ausprobiert, habt ihr gute Chancen, einige Fräserbits zu ruinieren oder der CNC-Maschine leichte Schäden zuzufügen. Mit jedem Missgeschick werdet ihr aber an Erfahrung reicher, zumindest erging es mir so. Bei der Bearbeitung von Materialien mit CNC-Maschinen gilt es viele Parameter wie Vortriebsgeschwindigkeit, Eindringtiefe, verwendetes Fräsbit und so weiter zu beachten. Lasst euch von Fehlschlägen nicht ins Boxhorn jagen. CNC-Fräsen ist nicht so simpel, wie ein Blatt Papier in einen Tintenstrahldrucker einzulegen und nach dem Druck zu entnehmen. Das Ergebnis ist nicht perfekt, aber mir gefällt's. Zu sehen ist, dass die Linien nicht an allen Stellen gleich breit ausfallen. Je tiefer der Fräser in das Plastik eintaucht, umso breiter die entstehende Linie. Die Plastikplatte liegt nicht perfekt plan auf und auch die Mechanik der CNC-Maschine fällt immer irgendwie krumm aus, je sorgfältiger ihr gebaut habt, umso besser das Ergebnis. Wie im vorangegangenen Video gezeigt, beträgt die Geschwindigkeit nur etwa 3-4mm pro Sekunde. Ein ganzer Tag ist ins Land gezogen, bis die Teile für dieses Demonstrationsgetriebe zugeschnitten waren. Die Präzision der Zahnräder ist nicht perfekt. Mit einer kleinen Rundpfeile musste ich einige Zähne etwas nachbearbeiten, damit sich die Zahnräder leicht drehen lassen. Nicht eingerechnet sind die Fehlversuche. Das zunächst verwendete Fräserbit war zu sehr abgenutzt, ich hatte damit im vorangegangenen Video Aluminium zugeschnitten. Den Kanten des Zahnrades sieht man das schlechte Schneidwerkzeug an. Auch beim Betrieb dieser Billigmaschine macht sich bemerkbar, dass teure, qualitativ hochwertigere Fräserbits die bessere Wahl sind. Dass diese Maschine sehr gut Glas gravieren kann, hatte ich im vorangegangenen Video gezeigt. Daran hat sich durch die Umbauten nichts geändert. Ich wurde gefragt, ob man damit Platinen fräsen kann. Im Prinzip geht das. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist gewohnt niedrig. Die hier angedeuteten Leiterbahnen besitzen eine Breite von 2mm. Der Durchmesser der Lötpunkte beträgt ebenfalls 2mm. Taucht der Fräser dabei nicht allzu tief in die Platine ein, so bleibt ein dünner Ring zurück. Da die Platine niemals vollkommen plan aufliegt, kommt es in der Breite der Fräsnut zu Abweichungen. Einige der Lötpunkte sind abgerissen, womit das Ergebnis als unbrauchbar zu bezeichnen ist. Zumindest kann man mit der Maschine, die ich gebaut habe, eine kupferbeschichtete Leiterplatine dekorieren, mehr im Moment aber auch nicht. Als letztes riskiere ich ein weiteres Fräserbit und schneide 1mm Aluminium. Die Vortriebsgeschwindigkeit ist sehr klein gewählt, um die Seitenkräfte möglichst gering zu halten. Mit qualitativ höherwertigem Schneidzeug geht's sicher schneller, da mit schärferem Werkzeug die auftretenden Seitenkräfte generell kleiner ausfallen. Für den Kreis mit einem Durchmesser von 6cm hat die Maschine etwa 20 Minuten benötigt. Das Ergebnis ist selbst mit dem billigen Baumarktbit recht gut. Wer nun aber glaubt mit dieser Maschine Aluminium aus dem vollen fräsen zu können, sollte einen Blick auf die sehr unsaubere Schnittkante werfen, das ist mit dieser Mechanik keinesfalls möglich. Ihr könnt eigene Experimente mit anderen Materialien oder Fräsern starten und mir die Ergebnisse mitteilen, erwartet aber nicht zu viel von dieser Maschine. Ich bleibe bei dünnem Sperrholz, Glas, Depron und Plastik. Version 0.6.1 ist nicht das Ende der CNC-Evolution, bleibt meinem Projekt also gewogen. Danke fürs Angugge und bis bald! Zielen Sperrholz Zielen ogramm Vielen Dank.